So, wir sind wieder da mit Aufnahme Nr. 5 und Nuss ist wieder mal dabei Jo, hey Leute Und diesmal gibt man nochmal Vollgas denn es ist Wochenende Yeah man So, wieder tot, das ist ja schon mal ein guter Start Oh, ich bin schon wieder voll drin, ey Ja, man, schon wieder richtig neigschaube gerade Ai, ai Moi, richtig wildes Wurstle, ne? Und was geht bei dir heute so ab? Ich gehöre noch mit ein paar Kumpels weg und bei dir holt Okay, das machst du Ja, ich weiß es nicht, vielleicht arbeite ich mal wieder an einem 9 Left 4 Dead Das wäre dann Teil 4 beim Let's Play oder ich ging ins Kino mit ein paar Kumpels, mal sehen wie es läuft Ja Ja Ja, und was hast du denn schon so gemacht? Ach, eigentlich nix Ähm, Schule Ja, ich bin erst heim gekommen Ah, okay Ist mein erstes Game Ja, meins auch Hab heut schon den Left 4 Dead reingestellt Daher Bin ich jetzt noch ein bisschen ungewohnt hier Das sagst du in jedem Video Ja Ja, pfff Was machst du morgen? Fußball, ne? Ja, lass dich mal überraschen Hamburg Stuttgart Hamburg Stuttgart Ja, mal so Schau's an Schau's an Schau's an Schau's an Schau's an Ja, ich denk schon Oh, ich freu mich jetzt schon drauf Ja Ich hab auch noch ne Rechnung offen mit euch Naja, ich hab auch noch Ah, ne, nicht mal Ne, nicht mal, ne Wenn man sich aus dem Pokal rauskegelt Also dieser Server laggt Also nicht wundern, wenn das Video so laggy rüberkommt Das ist der Server Nein, der Host Der Host Der Server Das ist mir grad scheißegal Auf jeden Fall legt's nicht an mir Ah, da hinten springen wir Oh, ich bin tot Oh, ich liebe diese Mads Fail, das war fail ähm Schwerkraft Pfff, passiert Pfff, passiert Pfff, passiert Pfff, ich war es nicht mal Oh, alter Oh, alter Ja, von hinten noch, alter, die kommt von überall Pfff, passiert Pfff, passiert Ich trau mich da eigentlich gar nicht rein Ob ich muss Pfff, passiert Wie bisschen wir da hin, Grant Ja, ich bin grad auf aufhreinten Und dann, darf du nicht bisch mit so der Zweck mit wie sie sehen sehen sie nichts ja um wir sind dabei also wenn Battlefield mehr wie schon in den Kommentaren wie wir gelesen haben also es wird bestimmt nächste Zeit ein Bett ist Video herauskommen wenn nicht dann nein dann halt nicht das darf ich nicht tun oh ich bin gerade zu gut dabei immerhin zieh dir mal meine Stilzwein tschüss so da rennt er wieder ich brauche Munition ey ich muss irgendeinen Gefallenen schauen wir mal was er macht was macht er denn machen wer denn nicht ein Schwerender so okay er geht ab so jetzt sieht man meistens muss hier ein bisschen wie er läuft und da machen wir das Geschütz kaputt jo was nö doch klar aber ich hab's abknallt gut wie viel halten die Teile eigentlich aus nö ein Murmlerangriff bestimmt oh shit und tot naja das war's dann naja ich hab 24 kills also ist doch jetzt kein großer Unterschied zwischen und deinem Stats naja machen wir nichts draus wir hatten den letzten Abschluss du ne ne auf jeden Fall hier geht's gleich weiter so neue Map neues Glück oder wie siehst du das ganz deiner Meinung wenn das wenigstens eine eigene Meinung wäre ich hab sie mir nicht mehr gekauft schwirr mal mach den kaputt ist er doch nice da würde es glaube ich auch wieder rumlau hochkomme also so kannst runter gehen der hat die Deckel gehalten hm so oh jetzt haben sie mich wohl kuscht st oh boah meine Stimme war gerade weg oh hat's jemand klagt haha 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 ja man ja man immer in dem Moment so und immer in diesem Moment wo man was drückt kommt der klar ach komm scheiße in Teams so müssen wir immer mit solchen Trotz in die Kommentare wenn es müssen Scheiß Flamer ist wenn ich dann kann mich keiner mehr helfen kaputt hetzt die Leute doch noch mehr gegen mich auf tötet ihn tötet ihn tötet ihn sucht die Hilfe erschreckt ich brauche Hilfe ich bin heute verstorben verstorben ja nice ich meine hier auf dem Server nicht dass du dann private Dinge nimmst nicht ja gut das war einer wieder klar ganz froh ich bleibt bei uns bleib bei uns also Mann an dieser Stelle kaum immer an dieser Stelle du auch gell nein nein und klar ich hab's doch kochen was ja das ist natürlich wieder fail hoch drei ja das ist natürlich wieder fail ja was ist denn jetzt los das kann aber auch nur daran liegen dass ich schon dort falsch wach hab das machen wir mal die hier nein doch die nehme ich jetzt nein ich meine ach glaube ich doch nicht Beweise Mann ich traume nicht rein ich bin drin und jetzt bin ich tot ja mit der Pistole kannst du sehr viele Reiche naja rennen wir mal ins Nussl bis hin ja Wurster in Ruhe bewerben ja 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 im Herbst g'sehen oh da war er immerhin die kommt immer von hinten wer die jetzt ist ne Person wir hätten was Schalter da fand oder wie oh ne so warten wir mal kommt bestimmt gleich einer Kopfschmerzen neuer Kopfkörper mitzbollt Nummer 1 nein ich trau mich da schon gar nicht mehr hoch weil die so campen du bist doch grad hoch gegangen naja na und da kommen sie schon wieder ja ich hab's dir doch boah ich hab's dir schon schießen und weg gelaufen ok mein sohn brauchst du nen Gänge da raus Melonen? ja warum nicht ja warum nicht ja warum nicht m nicht gut nicht gut nicht gut von der hoch da war so eine Bouncing Betty wo Post Migration herrsch mal was trinken herrsch mal zu Penny ja da ist es an mir zwei sind wir nachgeschlichen die campen doch da oben bestimmt ich würde auch nicht erzählen gut gut jetzt habe ich euch Wichser holen wir sie sobald sicher sind ja ja komm bestimmt bald einer hochkuschelt oh man diese ne ich hab fast einen Flame Anfall gekriegt wo kommt er denn drehen wir uns einmal gehen wir mal wieder runter kommt doch keiner juckt zu holen an es ist er könnte doch das Team an die Scheiße die niederlage ne 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 ne